Was ist eigentlich REMA? REMA ist die Rheintaler Messe Altstätten und bietet dem Gewerbetourismus die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Es wird wie jedes Jahr ein Top-Programm mit Sonderschauen und Attraktionen auf die Beine gestellt. Eine der erfolgreichsten Regionalmessen der Schweiz zu beschreiben, ist kaum möglich. Wer sie selbst erlebt hat, kann dies bestätigen. Einmal im Jahr trifft sich die gesamte Region an der REMA. Sie ist das gesellschaftliche Ereignis im Rheintal. 300 Aussteller begrüßen die Besucher. Die REMA ist nicht nur einfach eine Messe. Mit den bewährten Tagungen und dem angepassten Unterhaltungsprogramm bietet sie für jeden Geschmack das Richtige. Die trendige Modeschau ist schon ein REMA-Klassiker. Ein Querschnitt von Gewerbe, Wirtschaft und Arbeit bildet der Gewerblertag mit dem Motto, wie viel Ethik bekommt dem Business. Auf dem Business-Event Leaderimpuls heißt es dagegen, öffnet, bildet, rockt. Die Netzwerkplattform Behördentag bringt die verschiedenen Rheintaler Behörden näher zusammen. Der REMA ist es gelungen, als Gastregion den Kanton Aargau zu gewinnen. Der Kanton Aargau zeigt auf mehr als 150 Quadratmetern seine ganze Vielfalt auf. Durch dieses Engagement eines ganzen Kantons wird die überregionale Ausstrahlung der REMA noch spürbarer. Auch der Nachwuchs kommt zu seinem Recht. Beim Kindermusical König der Löwen stehen die Kleinen im Mittelpunkt. Die Kinder können auch im Kinderland verweilen. Nach der Messe erwacht das Nachtleben. Während im Discodrom zu den aktuellen Beats der DJs gefeiert wird, geht es im Messerestaurant bei Schlager etwas gemütlicher zu und her. Im Appenzellerzelt bei der großen Livebühne finden täglich Konzerte unterschiedlicher Stilrichtungen statt. Die REMA Rheintalmesse hat in den vergangenen Jahren viel bewegt und ihren Ausstellern gute Geschäfte ermöglicht. Mit mittlerweile 80.000 Besuchern und über 300 Ausstellern ist sie die größte Regionalmesse der Ostschweiz. Wir freuen uns, sie auch nächstes Jahr begrüßen zu dürfen. Die REMA Rheintalmesse 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 Die REMA Rheintalmesse